Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge BRIDE, heute wieder mit Street, hallo. Hallo. Genau, und mal sehen was wir heute machen. Ich würd sagen, ich mach erstmal ne Axt. War ganz gut. So, äh, da haben wir was. So. Scheiße. Scheiße, Alter. Was ist das denn für ein Villager-Eye? Ha. Äh. Geht mir mit Augen, oh scheiße. Null. Ich, ah, wir müssen unbedingt mal wieder schlafen. Kannst bei Necruc irgendwie in ein Bett gehen oder so am Spawnen? Ich lass den Augen aus. Ach nee, jetzt bist du ja hier gespawnt, ne? Ja. Okay. Oh, scheiße. Na gut, jetzt wird's eh Tag. Ah, erstmal hier die ganzen Viecher weg. Ich krieg mal meine Sicherhauter. Ich hätt gern mein Manulin-Schwert wieder. Oh, da muss ich endlich ins End. Und da sterb ich eh noch dreimal bis ich stört bin. Oh, ich hoffe ich hab den Gleiter nicht verloren. Weil ich hatte so nen Hang-Gleiter. Oh, oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ich liquel, scheiße. Ach. Ach, scheiße. Ich hab mich vor mir zu mir ja hier. Hm. Ach. Ach. Ach, die Baby, die sind ewig, äh, eklig. Ach. Ach. Ach, ich treff das Skelett nicht, ey, das ist schlimm. so okay jetzt brennen sie alle ist ein grabstein abgebaut so ich mache mir das weg weil das ist ja eh keine endaio insel mehr so hat die flasche jetzt mal haben ich werf es dir hin immer auf essen bestimmt oh leu hier sind nur noch items drin hier ist noch ein hammer als ob erst mal nehmen ja mit dem mit dem cursor kannst du diese kanonen da kannst du bestimmen wo die items dann hinfliegen diamond backpack du scheiße guck ich mal rein kinderbau oh hier ist ja übelst viel zeug drin als ob ich das nicht wusste hier ist ja noch granit das kann ich gebrauchen muss ich nicht mehr formen na gut doch ich brauch so viel noch ich tue mal das eisen in die schmelze nicht schlecht da habe ich ja war ja produktiv habe ich heute viel erreicht ich konnte meine fluten voller machen also produktivität genau naja jetzt ist ja so viel eisen drin ich glaube zwölf davon gehören dir ach ich geb dir einfach zwölf von mir ach so ich hatte vorhin sechs eisen reingetan und die werden ja verdoppelt so dann mal kurz hier rein genau die hat man eigentlich wenn man in diesem wie so das spielt in mir springt äh wo rein ach so ne ich glaube nicht sofort aber wenn man halt da drin ist in der flüssigkeit kriegt man schaden aber da geht glaube auch dein blut in die schmiede genau so ach stimmt hier ist ja noch dauer zocker ell in dem loch muss man herkommen da siehst das haben wir gesehen das haben wir gesehen oder von der minifigur ach mein sohn ist ja weg wie habt ihr die eigentlich gestellt über so ein ritual von open blocks da haben wir so ein ei irgendwie explodieren lassen so ein gelbes so ein goldenes und dann kamen die und ich habe meinen sogar ich habe meinen sogar in ein 3x3 loch gesperrt aber er ist trotzdem gestorben weil er zu viele blumen gesammelt hat so ach ist ja auch noch sand brauche ich so viel noch ich schmelze es mal durch so was machen wir heute ist die frage so vielleicht dein haus abbauen sie ist aber legendär es muss doch was besseres sein krass wie will er besser als in minecraft beta das starthaus gell auf jeden fall da kann man minecraft beta die welt sprengen so hat hier nicht noch netherrack ich glaube ja ne daher blickt doch keiner mal durch in den truhen ah ja stimmt das kann ich stacken ich muss einfach alles zu dir tun weil ich nicht weiß wo ich mein zeug wie ich das sortieren soll ah hier ist das zeug ich hatte auch viel gefarmt irgendwie weil ich die ganze zeit essen brauchte so ah ja und die erde hier kann weg genau na das nehme ich auch nochmal mit gut ah ja stimmt ich wollte jetzt hier holz holen das ist ja drüben auf der anderen insel da mache ich dir meine neue insel ah hier war netherrack so hier haben wir nämlich noch dieses great wood wo dieses dunkle holz rauskommt und dann kommt da genau eichen äh quatsch birken hin so ah hier sind ja auch noch zeug drin xp shower leu was ist das denn kannst du ne dusche machen äh für xp das muss ich mal probieren ich hab ja noch tanks dabei leu man kann einfach ne dusche machen aus xp naja genug zeug haben wir ja dafür aber die geht irgendwie nicht irgendwo sind diese great wood bäume äh great wood bäume da hinten ist glaube einer der dicke da ich bäume ab na geht ja schnell hier mit dem mod da so ah hier ist das paar slabs holen ich brauche aber ne axte durchhalten wird ah ja stimmt du musst ja extra ne diamant axte craften dafür pfff ich hab keine diamant axte das ist das problem ach stimmt ich ich hab drei ich glaube ich hab noch 20 ich glaube ich hab noch 20 jetzt crafte bloß keine diamant axte pfff ich hab die verschwindung ach quatsch das ist beste investition pfff ich versuche mal mit ne axte das geht safe ich hab schon eine diamant axte gemacht weil ich glaube eisen reicht ja nicht das sind mehr als 250 blöcke schätze ich mal eisen axt schafft alles bestimmt das ist ein gott naja siehste schafft nix doch wahrscheinlich schon das haben wir ja nichts angezeigt ok mal sehen ob meine schneller ist pfff niemals da kriegen ja unsere beide dann durability abzug pfff ich glaube an meine eisen axt ja ne meine pfff knapp pfff dann sammeln wir alles ein ja gehen mal als strafe und ich hab noch nicht mein enchanting tape ey richtig schlecht naja wo ist denn hier ein lapis überhaupt ah da naja stimmt das war auch immer noch so ein ziel was ich einfach vergessen habe zu machen so wie war das jetzt hier man musste irgendwie da und da ich glaube es gibt es auch raus ey Hilfe das ist nicht mehr normal hm so naja stimmt da unten dran und dann einen hoch hab ich lang schon nicht mehr gemacht da kommt man aus der übung hier ich glaube ich mach auch nochmal so eine insel na ach stimmt ich hab das jetzt von hier angefangen ach das ist doch die falsche etage pfff ich werd doch von hier pfff so zack dann da noch ok olleu wir sind schon bei 11 Minuten da können wir dann eigentlich auch schon beenden mich hin mh ich jetzt hast dein Haus schon wieder abgebaut kenn ich dachte das ist so legendär hm hh 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 hhh hh mh hh 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 So, na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut bei Street vorbei, lasst dort ein Abo da und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.